karl ich zeige dir beispiel youtube kanal die kanal richtig finden tut dann muss man hier sich erst mal kann man sich erst mal eine url machen als erstes man muss jetzt das man möchte das liegt natürlich war das nicht erlaubt ist letztlich das will ja nicht der meckert rum und dann könnt ihr noch mal noch ein bisschen dass keiner finden tut ich schreibe noch was gutes hin ich bin ja ja so so passt schon ja hier ist das schon keiner natürlich auch so und das veröffentlichen so und jetzt wissen dann die abfrage entsteht diese bestätigen dass das sobald danach übertragen kann dann übertragen kann machen wir es einfach mal super das heißt jetzt ist fertig jetzt aber beispiel sind jetzt ganz mal neu laden dort ein bisschen aber neu laden der neu ist dort ein bisschen aber sobald da sie das ganze oben das ist meine url so also ich habe euch gezeigt und das schön